Eskalierender Antisemitismus, Wut über die Corona-Maßnahmen, Fremdenfeindlichkeit sowie Empörung über die Islam-Landkarte. All das lässt den Hass hochkochen, das Bundesamt für Verfassungsschutz bewacht rund um die Uhr Minister und deren Familie. Die Islam-Landkarte sorgt weiterhin für heftige Diskussionen und Morddrohungen gegen Integrationsministerin Susanne Raab von der ÖVP und Ednan Aslan, Projektleiter und Professor für Islamische Religionspädagogik. Die Landkarte hatte einen Überblick über islamische Religionsgemeinschaften in Österreich geben wollen. Die Israel-Flagge über dem Bundeskanzleramt hatte zuletzt für einen Hasssturm gesorgt. Dem Bundeskanzler und zwei seiner Mitarbeiter wurde mit Abschlachten gedroht. Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP ärgert sich darüber, dass solche Drohungen fast schon normal sind. Auch er und seine Familie stehen unter Personenschutz, selbiges gilt für Finanzminister Gernot Blümel und seine schwangere Frau. Justizministerin Sadic wurde gleich bei Amtsantritt gedroht, aufgrund ihrer bosnischen Herkunft.